Treffen sich Ausbilder von Marine, Heer, Pionieren und Luftwaffe und geben damit an, was sie für mutige Rekruten haben. Sagt der vom Heer zu einem seiner Rekruten. Sie rennen jetzt dort gegen die Mauer, bis sie umfällt. Der Rekrut sagt. Jawohl Heer Feldwebel und tut's. Sieht auch hinterher entsprechend aus. Sehen Sie, das ist Mut, sagt der Feldwebel. Sagt der von der Marine. Sie nehmen ein Enterball, steigen auf die Fahnensteine da und hacken sie unter sich ab. Der Matrose sagt. Jawohl, Heer Bootsmann und tut's. Plumps, naja, sehen Sie, das ist Mut, sagt der. Bootsmann. Sagt der von den Pionieren. Sie springen von dieser Brücke da in den reißenden Fluss und holen vom Grund einen 100 Kilogramm schweren Felsbocken. Der Rekrut sagt. Jawohl Heer Feldwebel und tut's. Versucht's wenigstens. Sehen Sie, das ist Mut, sagt der. Feldwebel. Sagt der von der Luftwaffe. Sie haben ja keine Ahnung, was Mut ist. Zu seinem Rekruten. Sie gehen jetzt in die Kantine und holen mir eine Schachtel Zigaretten. Zeigt ihnen der Rekrut den Stinkefinger und sagt. Geh doch selber, du Arschloch. Sehen Sie, die AS ist Mut, sagt der Luftwaffenfeldwebel. Für sie, die Sie. Der Frau, du Arschloch. Du Arschloch. Du Arschloch. Du Arschloch. Du Arschloch. Du Arschloch.